Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, kannte die Geschichten von Jesus von jeher, kannte die Bibel. Allerdings bin ich dann irgendwann in den jüngeren Jahren, in meinen Teenagerjahren mit jungen Leuten in Kontakt gekommen, die davon gesprochen haben, man könnte Jesus erleben. Man kann eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und dieses Vokabular Jesus erleben, das war für mich etwas Neues. So habe ich das noch nie gehört. Wenn ich in einem Karussell sitze oder auf einer Party bin, das kann ich erleben. Aber wie soll man Jesus erleben? Ich glaube an ihn oder eben nicht. Das war für mich etwas Neues. Und so habe ich die Leute kennengelernt und auch die Art, wie sie gebetet haben, das hat mich sehr, sehr angerührt. Und ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht, ob es mehr gibt, als das, was ich bisher so kennengelernt habe. Und schließlich an einem Nachmittag, als sie gebetet haben zu Jesus und einige Leute haben die Hände gehoben, haben geweint und Jesus angebetet, da habe ich, ich konnte es nicht fassen, dass Leute in meinem Alter so inbrünstig, so leidenschaftlich gebetet haben, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich auch erleben. Und das war ein Tag, wo ich Jesus erlebt habe. Ab diesem Tag wusste ich, was das bedeutet, Jesus zu erleben. Und diesen Hinweis möchte ich dir heute mitgeben. Du darfst und du kannst Jesus erleben. Du darfst beten und dann dieses Erlebnis machen. Jesus kann man erleben. Da be formierte er unwanted, aber äge die Hände 돼. Ich bin Feel beau, wenn du das helden organisations gerribst. Und ich hände bin Hawaiikimus auf den encompassesen Korpsen auf dem Und ich binistoachi, wenn es mehr Zeit bin, soll 카paat und HARRY,